Das ist aber ganz schön weit weg, oder? Ja, in der Oberlausitz. Ah, das ist da. Brandenburg-Thüringen. Die Ecke? Sachsen. Genau. Dann sind Sie für einen Shopping-Trip in Köln. Na ja, Shopping würde ich jetzt nicht gerade sagen. Mehr Lebensmittel und so. Aber Sie kommen doch nicht mehr zum Einkaufen? Doch. Das ist unser nächster Supermarkt. Wenn du ernst. Es gibt keine Näherung. Wie weit ist das denn? 620 Euro. 620 Kilometer? Aber was soll man machen? Man muss ja irgendwas essen. 620 Kilometer? Da fahren Sie ja 6 oder 7 Stunden mit dem Auto. Mit dem Auto? Schön wär's. Ich hab kein Auto. Ich laufe. Aber wie lange sind Sie denn dann unterwegs? Ohne Übernachtung? 5 bis 6 Tage. Also jetzt nur eine Strecke. Hin und zurück dann ungefähr 2 Wochen. Sie verarschen mich, oder? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich von der Oberlausitz hierher und zurücklaufe. Nur zum Einkaufen. Oh Mann, jetzt haben Sie mich ganz schön auf den Arm genommen. Einfach keine Lust, Ihnen meine richtige Postleitzahl zu sagen. Weil ich die ganze Gartensammlerei zum Kotzen bin. Und ich dachte schon. Aber jetzt mal im Ernst, ich muss das leider erfassen. Was ist denn Ihre richtige Postleitzahl? Äh, 9310. 9210. Ah, das ist bei Nürnberg, oder? Beverly Hills 9210, Kalifornien. Ah, dann sind Sie für einen Shopping-Trip in Köln. Och, Shopping würde ich es jetzt nicht nennen, halt Lebensmittel und so. Aber Sie kommen doch nicht nur zum Einkaufen nach Köln, oder? Ja, das ist unser nächster Supermarkt. Was kann ich für Sie tun? Hallo, ich hätte gerne Rindersteaks. Mhm. Wie wär's denn mit denen hier? Haben Sie einen Herkunftsnachweis? Natürlich. Das hier ist Simmentaler Fleckvieh. Die Kuhis Sissi. 2009 in Traunstein geboren. Danach zwei Jahre in einem Auftrieb im Berchtesgadener Land. Handschlachtung von Bauer Alois Huber in Ramsau vor einer Woche. Und Sie? 1968 in Bonn geboren, vier Jahre Finkenhof-Grundschule, 1981 Trennung der Eltern, 1986 Abitur, anschließend Jurastudium in Köln, jetzt selbstständige Unternehmensberaterin, bislang sieben Sexualpartner, vier feste Beziehungen, jetzt verheiratet, zwei Kinder. Auf welcher Straße liegt denn die Finkenhof-Grundschule? Ähm, Moment. Ich weiß es gleich wieder. Auf der Osiecki-Straße. Richtig. Tut mir leid, aber ich kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja, das verstehe ich. Ist doch klar. Vier Stück. Wirklich nur sieben Sexualpartner? Danke. Gerne. Du, Schatz, ich hab die Steaks. Er hat alles geglaubt. Auch das mit den Sexualpartnern. Ähm, bei Ihnen alles in Ordnung? Wenn der Fett drauf ist, dann muckt das Ding öfters. Ah, klar. Ähm, könnte ich vielleicht mal mit dem Filialleiter sprechen? Filialleiterin. Okay. Könnte ich vielleicht mal mit der Filialleiterin sprechen? Du, du, du. Fräulein Nils, bitte zur Vier. Fräulein Nils. Was gibt's? Keine Ahnung. Ich glaube, Ihre Kollegin hier hat ein bisschen viel Sonne abgekriegt. Offensichtlich ist der Scanner ihrer Kasse defekt. Sie zieht die Sachen aber trotzdem immer wieder drüber und macht mit dem Mund einfach... Bip. Wieso? Es funktioniert doch. Denken Sie, ich bin bescheuert? Sie machen doch beide mit dem Mund einfach nur... Bip. Na super. Jetzt haben Sie die Gurken zweimal eingebaut. Ich dachte, da ist doch nur Schlüssel dabei. So, das hätten wir. Dann bekäme ich von Ihnen 64,71 Euro. Wissen was? Behalten Sie Ihren Scheißkram. Schönen Tag noch. Irrenhaus hier. Was ist denn mit dem? Keine Ahnung, der war die ganze Zeit so... Sie bleiben bitte mal kurz stehen. Ich hab überhaupt nicht, das... Ach, schau an. Sie kommen jetzt mal mit. Scheiße. Was war sowas von klar? Du kannst jetzt alles stornieren. So, dann bekomme ich 12.774,30 Euro. Bitte? 12.774,30 Euro. Äh, da müssen Sie sich aber vertippt haben. Ich hatte doch nur den Saft, den Schokoriegel und die drei Rollen Klopapier. Ja, das kann irgendwie nicht hinkommen, aber... Das haben wir gleich. Also, Orangensaft, Schokoriegel, Toilettenpapier und... Ah, Sie haben einen Scan-O-Matic 7000 gekauft für 12.769,90 Euro. Einen was habe ich gekauft? Einen Scan-O-Matic 7000. Das ist unsere Kasse hier. Ach, oh! Dann bin ich vielleicht irgendwie hier mit dem Lesegerät an den Barcode der Kassenanlage geraten. Hier unten. Und dann hat sich der Scanner quasi selbst gescannt. Das ist ja lustig. Ja, dann können Sie das ja wieder stornieren. Mach ich. Kein Problem. Ah. So, jetzt haben wir ein Problem. Wie Problem? Ich kann die Kasse nicht mehr stornieren, weil die Kasse ja jetzt Ihnen gehört. Ich habe jetzt keine Zukunftsrechte mehr hier auf die Stornos. Sehen Sie? Ich kann die Kasse nur öffnen bei Bar-Einzahlung. Ach so, haben Sie vielleicht 12.774,30 da? Äh, nee, also Bar habe ich jetzt nur noch irgendwie 17 Euro dabei. Ansonsten halt nur IC-Karte. Nee, aber ich will ja jetzt auch keine Supermarktkasse kaufen, ne? Darf ich mal ganz kurz? Ich möchte ja nur kurz die Kasse öffnen. Okay. Ach nee, Moment. Das geht ja nach dem Kartenzahlen nicht mehr, wenn die Kasse blockiert ist. Äh, wurden da jetzt gerade 12.000 Euro abgebucht? Ja, das sieht so aus. Ja, dann buchen Sie das wieder zurück. Das kann ich nicht. Aber Sie haben ja jetzt einen Gegenwert. Ihnen gehört ja jetzt unsere Kasse. Wie, was soll ich denn mit einer Supermarktkasse für 12.000 Euro? Ja, haben Sie vielleicht kleine Kinder? Ja, aber die haben schon ihren Kaufmannsladen. Na ja, aber die Kasse hier ist ja ein ganz anderes Kaliber. Die ist ja richtig echt und schwer. Und da gehört nicht nur die Kasse dazu, sondern hier auch das Laufband und der Scanner und die Trennblöcke, mit denen man das Ende der Waren markiert. Und hier, die Klingel, mit der man den Filialeiter heranklingeln kann und natürlich der Filialeiter selbst. Geht's jetzt mal weiter davor, ne? Ich habe auch nie ewig Zeit. So, was machen wir denn jetzt? Hier ist eine Riesenschlange und die Leute beschweren sich schon. Na ja, aber die Schlange gehört Ihnen ja auch. Insofern, Ihr Problem. Ist ja jetzt Ihre Kasse. Schönen Tag noch. Wie, was? Hallo? Was ist denn jetzt? Mann, Mann, Mann. Irgendwie Tüte dazu? Kleiner reicht. So. Das macht dann 83.677 Euro und 12 Cent. Wie bitte? Sind Sie sich sicher, dass Sie sich da nicht vertan haben? Ja, sicher. Die Preise in einem Biosupermarkt sind etwas höher als anderswo, aber mal ganz ehrlich. Sind Ihnen Nahrungsmittel aus nachhaltig-ökologischer Landwirtschaft diesen kleinen Mehrbetrag nicht wert für unsere Erde, für unsere Zukunft? Ich dachte, die Zucchini wären im Angebot. Das ist eine Zucchini. Ich dachte, das wäre eine Salatkurke. So. Das macht dann 79.311 Euro und 54 Cent. Sie zahlen mit Karte? Nein, ich habe ein paar dabei. Ganz toll. 20, 40, 60, 70, 79, 300 und 11 und 60. So. Dann wäre das Ihr Rückgeld. Vielen Dank. Danke auch. Ach, einen Moment noch. Ihre Treuepunkte. Ach, danke. Danke. Beleitung. Tja. Tja Tja, Tja. Tja. So, jetzt geht es echt fast zu gehen.